so und da sind wir wieder zurück zu minecraft einem wunderschönen wünsche ich euch wie geht es euch also ich kann nicht mehr reden so wenn wir jetzt den hier machen wie sehe das aus wenn ich jetzt aber wir müssen jetzt mehr davon machen ich glaube das war nicht ganz so gut aber egal das habe ich in der letzten folge wenn ich das jetzt mache das wird dem nicht aussehen oder das dem nicht aussehen nur eigentlich geht das oder so habe ich auch schon wieder keine meinung zu aber zumindest ich würde sagen das wäre schon fast schon wieder too much aber das wäre gut so hätten wir dann nämlich hier unten diese lücke nicht also die hier doch 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 kommen habt ihr recht doch das ist gut da hat ist gut so ich habe schon wieder ein paar ideen aber ich glaube ich lasse das mal lieber so wir müssen nämlich hier oben noch mal im interieur ein bisschen rumfuchteln oder haben wir gehen erst mal nach hause aber wenn ich sagen wir gehen erst mal nach hause wie das hier nie was ich weiß nicht wie geht diese eine büchertisch dieses 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 ihr wisst nicht was ich meine diesen pult sagt man pult dazu passen auf so den könnte man ja erstmal hier hinstellen pult buch ich jetzt schreibe pult ah ja hier aber dafür brauchen bücherregal gut den können wir leider nicht machen schade sonst versucht so eine art schreibtisch zu machen mit pult aber naja gut so zieht es uns denn wieder nach hause denn die sache ist die letztendlich wollte ich ja wie gesagt die ursprünglich ozlote finden bzw kätzchen holen und dann hätten wir kätzchen und hundis das problem ist wir haben uns gefangen aber ozlote bleibt ozlote ozlote ist so ein bisschen inakzeptabel wir könnten hier noch so ein so ein steg nach draußen und nein 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 das machen wir nicht wo das für die voll gut aussehen nein ich will doch zurück nach hause pass auf wir werden heute erst mal nach hause tatsächlich machen wir das so das kann man wegschmeißen wunderbare sache hilfe so wir nehmen selbstverständlich das ganze geraffel mit also alles was wir wirklich wichtig alles was uns lieb und wichtig ist vielleicht nehmen wir das mal lieber mit so dass hier das können wir uns auch mitnehmen das brauchen wir nicht zwingend oder das brauchen wir nicht zwingend und da ist nichts drin und da ist acht guck an da ist auch noch was drin guck mal an was haben wir hier überall schweiß gemacht der alter die musik kann es mal bitte mich auch das haben wir doch schon mal gehabt ja machen wir hier müsst die mountains so momentan läuft wunderbar hier haben wir nichts drin hier haben wir nichts drin das und das und stein braucht man nicht so ich würde sagen mission komplett wir brauchen ein bett das heißt wir müssen gleich unser bett da oben mitnehmen wir lassen mal ein bisschen erde und kies und so weiter hier was haltet davon wir haben zu hause knochen möchte ich gerne mitnehmen so was hoch so an die sieht bleibt hier erde bleibt hier kies bleibt hier fichte bleibt hier das bleibt hier das bleibt hier das bleibt hier das bleibt auch hier das kann man fast schon wieder verwenden oder so und einmal können wir mitnehmen vielleicht hier ist auch noch mal ein bötchen haben wir die haben millionen dem kakaosam wir haben alles oder ich glaube wir haben kakaosam und wenn nicht wir wissen wo wir hier sind das wird jetzt wieder eine sache schade oder müssen wir das erstmal als kohleblock mitnehmen ansonsten haben wir ernsthaft ein problem und sagt ja so wir könnten auch hier mit den eisen können wir auch eisen blöcke machen weiß nicht ist das ja ich glaube das ist nötig okay pass auf wir gucken mal unglaublich ja eine nicht gitter machen junge nicht gitter machen das wäre mir gar nicht recht so ja die vorbereitung auf den heimweg das dauert halt natürlich so hat mir das jetzt tut aber wir wollen ja auch noch mal ursprünglich zu hause auch noch ein bisschen was machen gelle und die muss gleich mit unbedingt erhält das gibt es gar keine kompromisse und das muss mit redstone und so weiter und gold kann ich tatsächlich sogar hier lassen so gleich haben wir dann unseren lab des blog von nicht mal gesprochen habe oh ja baby ich würde in naher zukunft auch gerne mal wieder in den etat gehen einfach nur mal um dieses neue ich weiß nicht noch mehr wie das heißt abzubauen so zu suchen abzubauen plus die neuen die relativ man die die neuesten roten und blauen bäume da ihr wisst was ich meine so kann ich schon die kann ich nicht ist aber nicht schlimm so dass das bett muss sie dann gleich mitnehmen so spitze habe ich mit alter gott der spitzer guck mal hier kann ich nicht irgendwie so so dann haben wir die halt wieder voll und das schwert können wir eigentlich auch es wird wieder teuer so da reicht das hier aber ich meine dafür haben wir sagen wir das gibt es doch nicht moment jetzt reicht es mir aber was hast du bitte für eine playlist ja machen wir das ich weiß nicht das bitte für eine playlist hilfe immer wieder selber guck mal wie süß das kleine bötchen in der hand so fürs nächste mal nehme ich dann aber auch halt ein bisschen mehr mit so frage aller fragen sind wir bereit sind die monster an die monster sind an so wir müssen ungefähr in die richtung richtig ich werde auf jeden fall so schlau sein passen auf vielleicht nehmen wir doch das boot und um schiffen jetzt einfach mal so den dschungel schiffen gesagt so wenn wir dann zu hause sind werden wir dann gucken das war es schon ach guck an das war es schon der perfekt meine güte hat sich das boot richtig mit gelohnt da hat sich ja richtig und das boot mitzunehmen klasse sache meine güte was bin ich froh ja wie gesagt wir wollen dann erstmal nach hause sprechen und dann tatsächlich gucken ob irgendwo doch mal auf wanderschaft gehen mein dorf zu finden und vielleicht mit ein bisschen glück mit ein bisschen viel glück wenn wir hier auf dem weg nach hause auch noch den einen oder anderen ein oder andere hundi so jetzt könnte ich das bildchen aber wieder gebrauchen so so ist nicht schlimm wenn wir es nicht großartig viel fahren aber doch 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 guck mal hier das ist gut so da hinten sehen wir ich weiß nicht seht ihr das ist das unser müssen wir euch erzählen dass jetzt da irgendwie ein dorf gibt ach hör auf veräppelt mich doch oder ach du schande ja mein dorf mein gott oh mein gott alter schmiede was zur hölle wir haben ein dorf gefunden liebe leute das bedeutet wir hätten bald kätzchen kätzchen ja ein dorf oh moment mal ein bisschen zurück und zack mein gott wir haben ein dorf freunde freunde kümmer so klack gibt es mit meinem bütchen wieder und hier haben wir noch ein bisschen leben hallo kollege wie geht es dir nach du alter hey hey du alter pansen ein bisschen freundlicher hier ich habe ihn nicht gehauen so so also es müssen mindestens ein dorfbewohner und fünf betten in einem dorf sein ein bett ich zähl mal eben zwei betten hallo wie süß redet niemand mit mir hier hast ein bisschen fleisch ihm das fleisch wollte es nicht habe ich brot habe ich nicht okay wir haben zwei betten gezählt ja jetzt war mal weg business ganz kurz back to business drei brot smaragd die glaube ich mir mal brot auch kartoffeln habe ich zu hause eigentlich oder hallo kollege ist mein bester freund so wenn wir hier so das ist das vierte bett soweit ich das weiß kann ich mit die acht guck mal an aha dafür kriege ich smaragd wird dann dann baue ich jetzt eben schnell ein bisschen weizen an und gibt dir dann smaragd weizen damit ich smaragd bekomme ist das eisen aha das finde ich euer ernst rohkupfer stimmt da war ja etwas etwas womit ich so nicht großartig viel zu tun hatte hallo kollege du bist mein freund jawohl verrottendes fleisch und für einen kriege ich zwei redstone staub und redstone stop brauche ich es nicht wirklich und hier ist auch nichts ok gut dann gehen wir mal wieder runter lass mich raus tja irgendwie habe ich bis jetzt noch vier betten gezählt aber wenn hier noch bitten sind dann muss ich mal ganz vorsichtig sein die ohren spitzen wir haben hier fünf betten definitiv ist warum wir noch ein kätzchen jetzt hier brauchen wir kätzchen ich mache doch nichts ja gut ok jetzt müssen wir halt nur ausschau halten nach einer katze haben wir den fisch nur wir haben gar nichts alter wir haben gar nichts mit was machen wir denn jetzt ok pass auf was können wir wegschmeißen das können wir wegschmeißen grobe erde grobe erde kommt weg hoch stein weg so das bedeutet jetzt müssen wir hier ehrlich verweilen bis wir irgendwo ein kätzchen sehen bzw wir müssen uns jetzt erstmal ein naja eine angel noch mal kraften mit bindfäden die ich nicht habe ach man es war so schön kätzchen kätzchen wie kriege ich denn jetzt ich ärgere mich gerade sehr ich ärgere mich super sehr da ist ein kätzchen und wir können es nicht ok spinnen geben auf jeden fall seite wie mache ich das denn jetzt kätzchen hast du du niemand ok verstehe gut vielleicht können uns das ja merken gehen wir mal wieder nach hause so leid ist mir tut aber wir müssen leider nach hause momentan ist sie nicht zu holen da war ich nicht geistesgegenwärtig und habe vergessen fehlen mitzunehmen bzw ein angel natürlich wieder zurück aber ich will es erstmal nach hause so ich hoffe wir finden jetzt auch nach hause nämlich keine ahnung wo wir sind keine nicht die geringste ahnung aber ich habe ja mit mit na also für den fall dass halt wieder nacht wird und so weiter ok also wenn wir den dschungel umschiffen haben wir hier irgendwo auf der seite dann halt ein und hier waren wir auch da war dieses komische gebilde jetzt haben wir diese funktion nicht verdammt die fehlt mir jetzt tatsächlich ein bisschen ok da müsste da wenn mich nicht alles täuscht wir werden jetzt weiterhin fahren alter was war das denn wo habe ich mich gerade verjagt holler die waldfee ich habe ein herz ein altes armes alter schwaches so einmal kurz raus so wie es aussieht ich habe keinen plan ich glaube den berg habe ich auch mal erklungen oder habe gesagt wir müssen den berg vielleicht gar nicht erklimmen nee nee ich glaube wenn also ich glaube da war schon berg aber nicht dieser deswegen werden wir jetzt mal weiter hier lang laufen tja wenn man jetzt noch wüsste wo man herkam ich weiß nicht wo ich herkomme ich habe eine unbekannte vergangenheit weiß nicht wer ich bin weil ich komme wenn meine eltern sind welche intention hinter meinem leben steckt vielleicht rede ich manchmal bedeutend schwach bedeutung schwanger aber inhaltlich konnte war nichts rum das kann alles sein so wir werden gleich schlafen müssen man ich ärgere mich ich habe so absolut gar keine ahnung liebe leute wo es nach hause geht hilfe hilfe ich wusste es wir sind hier wisst ihr wo wir hier sind na bis sie es nicht war ich schwere wurde ich auch nicht nein wenn da hinten die savanne ist mit den ganzen akazien dann 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 wissen wir dass ich bin einfach mal so voller hoffnung und sage ich ja kommen das ist genau da wo wir sein wollen doch 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 ich sehe da hinten akazien wir kommen schon genau dahin wo wir hin sollen so ein bisschen orientierungssinn habe ich ja mittlerweile gelernt mit den jahren so hier sind wir wissen durch diesen durch diese akazien steppe gelatscht mit so ein bisschen mit so ein bisschen nach komm schon wüste entschuldigung mir fehlten einfach die worte dafür mir die worte so da müssen wir hier durch genau und dann da müssen wir durch und dann sind wir auch schon wieder zu hause ja aber auch hier werden wir keine und dies finden glaube ich nur häschen fängt ja auch mit haar an aber ich glaube so ein schnuffel das ist schon ein bisschen was anderes als so ein knuffel hallo ihr habt ihr hunde gesehen hat rost und hund gesehen wo die okay wir müssen schon wieder schluss machen tut mir leid gut damit ich sagen machen wir hier mal an dieser stelle schluss ich glaube da hinten da sind wir auch schon wieder ein bisschen land in sicht ihr lieben dann danke ich euch fürs zuschauen fürs einschalten fürs kommentieren und so weiter und so fort a guck mal hier spuren unseres wirkens naja dann müssen wir dadurch jede kacke stift da wollten nämlich hier irgendwo ist eine schlucht hier irgendwo ist hier drin hier oder wo irgendwo hier hallo weiß ich jetzt nicht ist mir egal gut ihr lieben dann gehabt euch wohl macht es gut bis morgen hoffe ich und ja macht es gut